So, ja, Tag hier Nassenbeeren. Herzlich Willkommen zurück. Ja. Wir fahren jetzt doch gut und warten jetzt nicht auf den Krieg, weil es zu lange dauern wird, ey. Okay, dann fahren wir alle jetzt weiter. Wir fahren mal weiter, komm. Fahrt los. Kevin, fährst du auch los? Warte, ich will noch mal kurz was gucken. Ich will noch mal kurz was gucken. So, meine lieben Zuschauer, es geht wieder weiter. Juhu. Nach einer halben Stunde, Stunde, 5000 Stunden. Ja. Ja. Warum bist du so langsam? Weil ich, ähm, auf die anderen beiden gewartet habe. Okay. Kann jetzt nur wir beide, äh, drei? Äh, zur Viert fahren wir jetzt. Ja, ich bin mit einem Nightfaller vorne. Bin mit ihm vorgefahren. Okay. Super Office. Alter. Nichts. Mensch Office, das war aber richtig geil. Aber richtig fett und so. Kein Spaß. Der Office ist jetzt arg lang, bist du als Dritt oder für den Mai bei uns dabei, ne? Ja, kann sein. Ich muss jetzt mal wieder mal einen Dampfer zusammenschrauben. Und dann ist es nicht gerade einfach, die Spur zu halten. Ich halte den Kanal. Wo ist jetzt unser Pilotenauto eigentlich hin? Was? Wo ist jetzt eigentlich der Pilot hin? Ich bin vorne beim Nightcrawler. Wir haben ja gesagt, wir fahren los. Und wie weit seid ihr vor? Äh, ein bisschen. Ich fahre ich dran, warte noch ruhig. Entschuldigung. Ich fahre ich dran, warte noch ruhig. Ich fahre ich dran. Office. Ich fahre ich dran. Alter, die hat sich zergelegt, Alter. Was denn? Ja, hab ich's zu spät gesehen, deswegen. Wollen wir weiter? Wenn's alle da sind, dann können wir ja weiterfahren. Hast ich erledigt, Ores. Oh, Office. Haha, wie das ausgefordert jetzt, ne? Sicher in deinem Video dann. Das war aber knapp. Ich hab auch gerade so gedacht, knallst gleich. Wartet mal, der Office hat Motor Fehlvorfragen. Raskant, Raskant. Raskant, Raskant. Besser. Okay, ist durch. Hey, Office, wie viel Prozent Schaden hast du eigentlich? 100. 100. 100. 100. 100. Winky Winky ist Dipsy. Lala. Oh. Mann, kann ich nicht sehen. Tinky Winky steckt Dipsy Lala in dem Po Er schwitzt beim Kacken und Krautball kickt zieht LKWs bei DLSF Wer zerreißt die Telefonbücher, weil wetten das Mama Alter, hast du schon mehr geleckt Mensch, wir haben auch... äh, überrascht werden Ja, wir haben auch ganz schön schlechte Pilot bei uns Pilot, Pilot Ich hab geleckt Aber richtig fett und mit Speichel und... ja Ja... Ja, deswegen war die Straße hinten so nass Ja, oh, iiii Also wir kriegen Slayer mal mit 20 kmh weiter, ne? Was hast du denn jetzt vor? Ich muss tanken, aber... sowas von Okay, Tankstelle raus Lotte Führer Ich hab grad so gesehen Ich hab nix mehr drinne Musst du reinpinkeln oder... oder so Dann hast du die Art Ich mach mal... Ja... Schönen weiter Ja, wir überholen nochmal, weil ähm... Darüber, dass wir funzional can Ebra holen Ich... Ich überholt uns ein Ebra... irgendwo auf der... äh... auf der Strecke Ja... Wenn der liebe Pilot es schafft Ich darf das, ob du das schaffst, ist die Frage. Jetzt so in der Beschleunigung, äh, nö. Ja. Ach, ich fahr ja mal ab, ne. Stab. Ach, der kleine Eor. Ich glaube, ich schaffst dich zu überholen. Ja, was fährst du im Alltag? Ich hab dir aber auch Platz gelassen, ja. Ja, aber Arscher. Die nächste müssen wir ab. Jo. Und in Köln kann der Office dich mal schnell reparieren. Ja, alles gut, ich bin... frisch. Ähm, Office, du kannst in Köln, wir müssen ja dann da vorne jetzt die nächste raus. Und dann kannst du bei Köln mal schnell rausfahren. Ich sag dir dann aber Bescheid und dann kannst du dich dann schnell reparieren gehen. Für jeden, der Schaden hat, auch wenn bei euch einer Schaden hat. Danach kann man dann Speed, äh, Konzales, Konzales, voll Gas halt. Was? Wieso bist du schnell als ich? Wir haben Scania. Ja. So. So. Oh, na? Wo seid ihr? Auf der Straße, du? Dann kriegst... Ey, wir fahren die nächste ab. Wir sind in Köln. Oder auf dem Weg. Auf dem Weg nach Köln, auf dem Weg. Fahrt ihr dann in Köln raus? Ja, in Köln. Und, äh, jeder der reparieren muss, äh, kann in Köln schnell kostenlos schnell sicher reparieren. Ach, überholt er mich vor der Ausfahrt. Ja. Vorhin, ich guck einmal nach Köln und dann, äh. Oder, äh, Office, mach F7 und Enter und die, ich mach Köln, wenn das geht. Und dann komm ich. Alter, Alter, Alter! Hahaha! Hahaha! Ja, krass! Ich hab gesehen, ich hab ne Meldung bei... Hm... Da oben, wegen Baum, Hashtag und so. Keine Ahnung. Zu deinem Handy habe. Eine neue Einladung. Gleich habe ich auch eine bekommen. Ja, ja, ja. Hm, egal. Mal gut, krass, Frankfurt. Technisch auch mal. Ja, meine neue... Was? Okay. Okay. Sehr gut, ne? Bist du mit Justin? Im Bock? Weil es alt und haarig ist. Ja. Oh, Mann. Was denn? Gesundheit. Ach, danke. Wollten wir in Köln nicht abfahren? Ja, irgendwie schon, ne? Ja. Ähm, wir haben eine Ausfahrt verpasst. Hab ich grad gesagt? Wir wollten noch in Köln abfahren. Alles gesagt, was bedeutet das jetzt? Okay. Dass wir... Warte warten. Aha. Ja, macht halt Wand-Blinker und fahrt rückwärts auf dem Standstreifen zurück oder so. Ja. Ja, Alter! Na, äh, Marcel? Ja? Dann begleiten die mal bitte dann, wenn die da im Geisterfahrer-Modus fahren, dass es anders passiert. Ja, irgendwie muss ich jetzt hier erstmal neu installieren in den Multiplayer. Ja? Ja. Du hast neis da. Warte. Ja, sag mal so rum und fahr langsam auf dem Standstreifen weiter. LOL 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 Wenn das'n Abnind siehst, wir sind sofort wieder gebannt da. Der kann mir mit einem... Der kann mir mit einem leicht einkauen. So, ich fahr... Der fahrt sich auf dem Standstreifen weiter. Da kommt uns einer entgegen, auf dem Standstreifen. Das ist der kleine Erop. Ach, wer ist das nur? Ah! Jetzt komm ich. Macht euch bereit. Ich hab hier die Hose schon... Vorsicht, Vorsicht! Ich hab Stundlex. Ich fahr mal drüber. Wir sind schon ganz gespannt. Ey, gebt Gas, wenn wir uns hier rüber. Wer fährt da hoch? Wer fährt da hoch? Ach so, okay. Deine Mama... Ich hab Angst, dass wir gebannt werden. Ich hab Angst, Mama, 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 Mama. Boah! Vorsicht, ich stehe! Juhu! Wie geil! Das ist gleich, wenn du fährst und nicht stehst. Alter Schwede hat mich zerlegt. Hast du das auf Video, Kevin? Ne, leider nicht. Ach, Mann ey! Ja, da kommt ein paar entgegen. Ja, ebenfalls ein Graben. Ja, ich hab mich festgefahren. Schalalalalalalalalala. Packing Idiots. Lass fahren die auch auf der falsche Straßenseite hier. Buren Söhne. Ich mach keinen Platz. Sorry, Guys, sorry. Du wolltest auch mal den Graben besuchen, oder? Ja, du. Ja, fandst das so schön. Ja, aber hart. Ja, ich hab mich auch mal schön festgefahren. Ich hab mal geguckt, wie so der Graben ausschaut. Du sollst auch mal Rasen mähen, ne? Ja, aber da war der Rasen zu hoch. Seid egal. Was machst du denn? Alter! Hast du gelitten? Ja, ich bin draußen. Hast du gelitten? Also, keine Sorge, der Power kommt. Lass das mal dem Power machen. Ich bin Ashter. Ich bin Schweizer. Ich bin Schweizer. Ich bin Schweizer. So, jetzt reformieren die Automobil auch nochmal. Erster Platz. Und geben Vollgas. Mensch, ist das ne... Power! Geht gut. Also, ich tu mal schnell, ich tu mal ganz kurz jemanden anrufen, weil ich kurz mal fragen muss. Ich komm gleich wieder, ne? Kein Stress, Kleiner. Oh je. Ich werde mal was ausprobieren. Ne, tut sich gar nichts. Das war mein Handy. Kannst du mal kurz den, äh, Ton wegmachen? Ach! Der Marcel. Der hockt da bei der Werkstatt rum. Das geht. Ja, ja. Kannst du mal kurz den Ton kurz mal wegmachen? Marcello. Lali. Lali. So, wo bist du denn, Chris? Ich bin bei der Garage, oder? Komm da gerade raus. Ach ja, das sehe ich dich. So, wo ist denn jetzt Treffer? Tschü, tschü.